Bevor das Video startet, ihr habt euch bestimmt schon immer gefragt, warum Focus das beste Team auf der ganzen Welt ist. Oder? Ich, der Cutter, zeig euch jetzt warum. Erstens, Sidney vergisst seinen Bildschirm mit aufzunehmen. Zweitens, Karma nimmt beim Ton alle mit auf, statt nur seinen Sound wie jeder andere. Drittens, Stylos Kamera leckt das Video durch. Viertens, Danny chillt einfach in Thailand. Bin neidisch, Bro. Und fünftens, Mo ist ausnahmsweise mal nicht der verpeilteste. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid die Besten. Hey, hallo. Hallo Leute, wir spielen heute Gartic Phone mit Stylo, mit Sarko, mit Thrones, mit Po und mit Sid. Boah, geil, geiler, du hast die jüngste Lieblingsfarbe. Enthusiasmus ist am Video beim Start. Was ist deine Lieblingsfarbe, Karma? Äh, ich weiß nicht. Blau? Ne, lila, so lila blau eigentlich ist. Geil. Geil. Ja, okay. Okay, okay, nice. Lass auf jeden Fall Like da, Freunde. Und dann zu Glück. Abonnieren. Und jetzt gehen wir rein. Let's go. Einen Satz schreiben. Ähm. Hätte man sich mal vorüberlegen können. Ja, Mann. Nicht gespannt. Okay. Okay, mal klingelt dieses Telefon. Was ist denn das? Nein, dann nimmt sie richtig Zeit für seinen Satz, ne? Juhu. Hast du nicht Zeit gefallen? Oh mein Gott. Wie geht's schon wieder los hier? Juhu. Die Digga, hast du hier mal, ne? Ich check meinen Satz nicht, ne? Der ist, glaube ich, ein Insider. Ja, ich kenn den nicht. Oh, da haben wir gleich was zu erzählen. Oh. Mit Insider nicht kennen, kenne ich mich aus vor diesem Video. Ich bin zufrieden bisher. Aber wobei, Zeit macht auch immer. Ich auch. Ja, du bist sowieso Künstler. Hier gibt's ja keinen Rosa, so richtig hell, ne? Das darfst du aber auch wirklich schon wieder keinem zeigen, was ich hier male. Juhu. Egal, was ich hier male, ne? Ja, passt so, passt so. Kann man, glaube ich, erkennen, ey. Hehehe. Hehehe. Wow. Das darf man aber ganz falsch machen. Ich bin voll zufrieden. Ich bin kein bisschen zufrieden, so scheiße, ne? Insane. Ja, aber war ein sehr, sehr schwerer Satz. Oh mein Gott, was ich hier gemalt habe, ist schon wieder der Wahnsinn. Okay. Könntest du irgendwas in Fortnite hier schon wieder was ich habe? Was ist das? Junge, was ist das denn hier schon wieder? Nehmen wir mal rum, was ist denn schon wieder mit meinen Haaren jetzt hier? Hässliche blonde Haare hat meine auch. Ich habe auf jeden Fall eine sehr gute Zeichnung bekommen. Was soll ich das sein, Digga? Hä? 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 gone? Hä? Hä? Hehehe Hä? Wie soll das купieren? Ja? H chosen delf ein Satz. Oh mein Gott. Ich habe den Superteich. Wir pecken mein nächster. Ich glaube schon. Das klauen�� mir. Oh mein Gott. � Was ist das denn hier? Wer ist das? Junge, wer schneidet das scheiße ab? Wer kriegt da die Haare geschnitten? Oh, schon schnell gehen! Nee, schreibt irgendwas! Ja, bevor da gar nichts steht, einfacher sein! Ach mein Gott! Was ist das denn? Egal, wie soll ich das denn zeichnen? Ich versuche einfach... Egal, wer den Satz hingeschrieben hat, das ist bodenlos! Was ich hier zeichne, darfst du keinen zeigen, Digga! Kann man das ganze Bild auf einmal löschen? Boah, keine Ahnung, Digga! Okay, jetzt kann man das auslösen! Meinst du, okay? Meinst du wundervoll gezeichnet? Es ist so schlimm! Hier sogar fertig drin! Warte, ich will das gar nicht sehen jetzt gleich! Oh, Digga! Boah, wie schlimm! Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ey! Das ist immer das Highlight! Ist es fertig? Also... Okay! Was muss ich hier machen? Hat jetzt jeder von jedem was gemalt, oder was? Ja, okay, ich drück mal jetzt einfach auf Start! Gut! Moaba schießt den Elfmeter! Das kam richtig, glaube ich! Das hab ich gut gemalt! Glaub, das kam echt! Ja, das war super! Moaba schießt den Elfmeter! Moaba schießt den Elfmeter! Yes! Yes! Pass! Okay, das erkennt man nicht, oder? Was ist denn das Gelbe? Junge, das WM-Pokal in der Hand! Moaba schießt den Elfmeter und schreit Penis! Jetzt weiß ich, woher das geht! Oh mein Gott, Penis! Ja, es ist! Der nimmt mich nicht auf meine Kappe! Penis! Penis! Aber bei Sarko wüsste man nicht, dass ich das bin, ne? Ja, du hast einen Cut in der Augenbraue natürlich! Oha! Oha, der Dich jetzt! Keine Ahnung, wie was sonst war! Der zieht doch jetzt meinen Stuhl um! Ach, das war Danny! Aber ihr wüsste ja auch nicht! Sieht aus wie meine Haare, Junge! Sieht aus wie so Fritten! Das kam die alte Friese von Stylos ein! Hä? Stylos? Der ist doch braun! Ey, aber das mit dem Totti-Zähnen ist durchgekommen! Also, alles gut! Also... Cock! Was? Auf einmal hab ich hier wieder kurze Haare! Nee! Oh mein Gott! Das ist so schlecht! Oh mein Gott! Das ist was ganz anderes geworden! Ah, die Kinder! Ach krass, so gut! Ja, fast! Man kann gar nicht erkennen, wer das ist! Ja, auf einmal! Das ist wie Mike am Schwitzen, Mann! Das bin ich! Boah! Boah! Das war gut, ne? Ich hätte kurz gedacht, Zitten nicht schneidet Willi die Haare oder so! Keine Ahnung! Moment, umgreift! Hab ich nicht gecheckt! Hab ich nicht gecheckt! Ich wollte es euch schwer machen! Das war ne richtig gute Zeichen! Das hatte ich zum Beispiel gar nicht, ne? Das ist wahrscheinlich irgendwas anderes geworden! Loool! Achso! Hast du das mal gut gemacht, ey! Gumm! 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 Oh, was du hör? Wettrennen! Beut es mal gut, dass Neil immer die Kinder dabei hat! Vor allem, der hat noch sieben Kinder gemacht, was... Unterarm! Ich wüsste, wie viele Kinder du hast! Einfach unterarm wie so ne Ente! Mann! Okay, der Satz. Das hatt ich gar nicht. Ja! Nein! Ja! Mit seinen Beinen. Erkennt man eben ja, ne? Ja, ja. Das war voll gut. Das 1 zu 1 ist gut. Ja, wir haben da irgendwie über dich geredet. Achso, mit Lieblingsfarbe. Kleiner Gehirn. Ah, Junge. Du wüsstest gar nicht, was du da hast. Boah, ist aber gut. Die Prime war da immer so angekommen. Die Prime war da immer so angekommen. Dummes spielt Fortnite. Nein. Ich hab so drei Sekunden, um einen Satz zu schreiben oder zwei. Ich muss so irgendwas... Aber wenigstens hast du dumm verstanden. Cool. Ja, ja, ehrlich. Und irgendwie ist man auf Fortnite gekommen. Oh, okay. So, hoffentlich hat dir das Video gefallen. Ich feiere das immer. Ja, lass ein Like da, lass ein Abo da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.